Am 29. Januar, wir sind hier in der Gemeinschaftsobstanlage, Otto Neb hat hier was auf dem Ofen und ja, es köchelt jetzt vor sich her, wie lange dauert das? Der Kessel noch nicht mehr gut ist. Ja, aber er war auf dem Metz ja auch so. Wahnsinn. Auf, schnitt dich dort hin. Seit wann habt ihr die Sache noch drin? Die haben wir jetzt im Viertel nach Zeche auf den Kessel. Ja. Ja. Die kochen jetzt. Seit drei Viertel elf kochen die. Ja. Und um zwölf Uhr sind sie gut. Ah ja. Du bist ja ein wichtiger Organisator, Horst. Ja, ja, ja. Du bist für mich für das Trinken zuständig. Ja, ja, Trinken zuständig. Ja, so. Kein Pohle. Der ist fest. Arnold, das war's essen. Ja, genau. Ja, ihr macht das wirklich Stunde, du. Ja. Ja, da ist immer der Chef. Und ich guck, ob es frisch ist. Hey, das ist so wie bei so einem... Bei so einem... Nur, wie die die Schnauze rausstreckt. Nicht wie bei armen Leuten. Das sind ja bloß mal lieber, Mann. Ja, 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 ja. Jetzt war's drin. Heben wir die Nische noch mal hoch, dass es da so fünf gibt. Guck mal, die Hunde. Da muss ich manchmal so... Ach, ihr leid, ihr leid. Das sind Bilder. Die kannst du mal oft noch mal reden. Ja, ja, die muss ich auch machen. Ja, ich mach's trotzdem noch mal. Die hat früher da geschlachtet bei euch. Ja, da geschlachtet. Ja. Das ist schon zwei Jahre tot, der Kerl. Ach Gott, ja. Ja. Wo hat der... Ja, wo? 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 Ja. Hallo, ich. Wie war's incorpor. Du dalvasst ja. Und heute solltest du Lehrer hier noch sein. Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo? Ja. Da war der. Der ist ja auch ganz klar, wird's. 54 64 Ja Bro Was will ich trinken? Bier Und? Schorsch Jungen Der immer bei dir dabei ist Pferd Schiff Hallo Es ist so Hochschule Schiff Schiff Wo man es auch wieder sieht Jungen Ja, ich habe ja die Französse aufgetaucht. Die Polster, und alle Polster, und alles zu Hause. Alles gut, alles gut. Zum Geburtstag viel Glück. 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 Ach, nein. Dann machen wir doch noch ein bisschen heller, weil wir heute noch angekommen sind. Prost! 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 Er hat ganz wichtige Personen da. Schlecht, oder? Schlecht, oder? Schlecht, oder? Schlecht, oder? Nach mal gratuliert! Machst du ja! Das ist so, dass du in der Kaffee zählst. Prost! 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 Jetzt bleibt er noch stehen. Im Nebel stehen die anderen. Prost! 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 Im Halben Seinkopf legt er den Settel auf den Tisch und Messer und Gammel schneidet das Papier kaputt. Ja, das stimmt. So, der Hütter ist hier die Höhle voll, gell? Ja! Ja, ja! Weißt du, wer geht? 50! Auf einmal merke ich ... Krabbelt was! Supersturz! Aie! Das ist Aie! Da holst du noch ein bisschen mit! Das ist irre! Boah! Machen wir dir auf die Hände so warm! Oh! Oh! Hey! Der Schiepulli! Der ist frisch geboren! Kurt! Du gehst dich an, du fotografierst, dann bist du frei und dann kommst du durch das Mittel bei mir. Ich schlau, du kannst nicht schwachen! Hahaha! Und unten los! Und unten ... Und unten! Jetzt sind wir vorbei! Ja, warte mal! So, ich schlau diese Schere. Boah! Weiß. Hände. Ich hab mal einen Stuhl. Du musst hier neu kleiden. Hallo, hast du dir das gezeigt, wie ich die Zeit gemacht habe? Hattest du Wasser nicht? Holt ein bisschen. Ja, ja. Mehr tun ich mir da. Da oben gleich zwei Stück der Holz. Nix. Nix. Verkippt nix. Biss die Delle kommen, bis es kommt. Machen wir so einen Haufen neu. Ist das dann gleich voll? Ja, das ist. Das ist ja die Wiss. Das ist ja die Wiss. Wieso bist du laut? Ja, ja. Ich bin die Gratwurz noch nicht gekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Klau-Patientje. Ja, das ist ein Klau-Patientje. Ja, ja. Von einer, der wohnt krankes. Ja, so vor Vormittag. Ja, ja. Ja, das ist ein Klau-Patientje. Aber da ist ja auch so viel drin. Ja, da ist ja auch so viel drin. Wieso? Ja, ich hab die Wiss-Toten schon mal mitgenommen. Oh ja. Oh ja. Komm! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Also die andere ist ... Der Kurt, der ist ... Werbensbots für die Firma einen Punktstelle guckt. Der Kurt, der macht den. So, das sind wir selbst. So, das kann man hier. Das ist echt groß. Klaus, wer hat das nicht? Ich will ein bisschen das Kopfleisch an. Ich hab schon gegessen. Ich hab schon gegessen. Genau das. Einige Zeit später hat jemand dieses Häuschen auf der Obstanlage angezündet. Es war nichts mehr zu retten. Das Gebäude ist bei seinen Mitgliedern nur noch ein Traum, eine Erinnerung an eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und Tschüss. So, das ist noch ein hades. So, dass du die Ingenie guckst. So, ich bin die Maschin. Das war der Schritt. So, ja. Ich bin die Maschin. So, es war wirklich. Du bist zu. So, ich bin super, wenn du viel gering. Hast du das auch graviert? So, ich bin super, als ob du Если. Ich bin super, ja. Du bist, ich bin super, du bist.